Gewalt, F Gewährsmann, M Handlungsvollmacht, F Kompetenz, F Kontrolle, F Macht, F Machtstellung, F Maßgebende Persönlichkeit, F Obrigkeit, F Quelle, F Vollmacht, F Zuständigkeit, F Machtvollkommenheit Instanz, F Befehlsgewalt, F Ordnungsinstanz, F Stelle, F Befugnisse, Pl Verbindlichkeit, F Kenner, M Expertin, F Kennerin, F Krennerin, F Herrschaft, F Souveränität, F Autoritätsperson Autoritätsperson Landesbehörde, F Landesbehörde, F Behörde, F zuständig für den Vollzug des Gesetzes Autoritätsperson, F Normdatei, F Normdatei, F Löschungsbewilligung, F Verbraucherschutzbehörde, F Leichenpass, M Bewilligung, F Bewilligung, F der Eintragung Aufsichtsberechtigung, F Denkmalbehörde, F Wasserwirtschaftsamt, N Allgemein anerkannte Macht, F Autoritätsgefälle, N Autoritätshierakie, F Kapazität, F, in seinem Bereich Zeichnungsberechtigung, F, eines Unterzeichners Autorität, F, des Vaters Staatsgewalt, F Experte, M, in einem Fach Sachverständiger, M Sachverständigerin, F Deutschlandkenner, M Sachverständigerin, M Sachverständigerin, ZL